Oh mein... Was? LOL! LOL? Hä? Junge! Das kam so unerwartet, Alter! Also wir haben hier... Wir haben hier... Also wir haben jetzt hier... Wir haben hier was vorbereitet... Black Mode oder? So Leute, wir haben heute was vorbereitet und zwar eine Minecraft Optical Illusions Map. Ich würde sagen, wir jumpen da mal ganz kurz rein. Optische Täusche in Minecraft, werden wir uns übergeben? Antwort A bis B? Ich weiß es nicht. Kann ich jetzt eigentlich gehen? Weil wir haben ja... Wir gucken uns das zusammen jetzt an! Optische Täuschungen Minecraft, Mann! Minecraft Optical Illusions 14... Wie viele sind denn das? Okay, womit fangen wir an, Lukas? Das sind ein wenig optische Täuschungen. Pass auf. Beginnen wir mit der Dragon Illusion. Hä? Siehst du es? Hä? Weil es halt so umgekehrt ist. Verstehst du es nicht? Nee, ich... Verstehst du es nicht? Das ist halt so... Ich catch es nicht. Wir machen weiter mit dem nächsten, komm. Digga, das war ja richtig krank. Alter! Boah, Junge. Uff, das ist echt krass. Das ist trippy, Junge. Das ist trippy. Okay, ich... Pass auf. Das ist alles eine Ebene. Es sieht nur von oben so aus, als würde es runtergehen. Guck mal, als könnte man in der Mitte runterfallen. Der... Alter, das ist schon krass gemacht, oder? Das ist richtig geil gemacht. Ja. Ja. Also wir schauen uns das heute einfach mal zusammen so ein bisschen an. Das ist schon cool. Das fand wirklich weird. Ja. Okay, nice. Ich bin gespannt, was wir noch so haben. Sideways. Oh mein... Was? Oh, lol, es ist unter mir. Hä? Oh, lol. Guck mal, das hier ist oben. Lol. Alter, okay. Das ist trippy. Digga, das ist wirklich next level trippy. Holy shit, Junge. Ich soll mal rappen live. Nein, bitte nicht. Sliding giant Neckworlds. Oh, I have English 1 in Zeugnis drin. Hä? Hä? Heißt Sliding... Warte, bewegt sich hier irgendwas? Schreib mal einen Chatlo, da seht ihr da irgendwas, aber ich sehe einfach nichts. Ich raff's auch nicht. Warte mal, vielleicht, dass die Linien irgendwie enger vorkommen, als die sind, weil die vom an... Ich hab einen Sprachfehler. Die sind vom Abstand her ja genau gleich. Was ich mein? Hm. Ach, sieht dreidimensional aus. Guck mal, jetzt sehe ich das. Oder bin ich besoffen? Ja, wahrscheinlich. Digga, ich sehe einfach gar nichts. Nächste Map. Den Joffer. Also das kennen wir schon. Boah, das sieht geil aus. Boah, Junge, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das gefriedigend. Ich will das normal machen. Ich will das normal machen. Tja. Ich will gern... Dann komm du mal raus. Okay. Okay, nochmal, nochmal. Oh, das sieht schon geil aus. Boah, Junge, das ist echt crazy. Das ist trippy als Hell. Crazy, Junge. Lull, das ist hier nochmal drunter. Guck mal. Oh mein Gott, was für ein Kopf. Das ist einfach gespiegelt. Siehst du das? Lol, okay. Boah, Junge, Alter. Okay, das sieht krass aus. Weil die halt aussehen, als wären sie so, aber die sind komplett gerade. Als wären sie halt gebogen, oder? Ja, aber die sind gerade. Ne, die sind gerade. Sind die nicht gebogen? Nein. Also die Illusion ist, dass die gebogen sind. Die sind gebogen, ne? Das ist geil, Leute. Das ist geil. Boah, holy shit, guck mal, was dieses Game alles hergibt, ne? Wie krass, Mann. Das sieht krass aus. Das sieht krass aus. Wie krass, oder? Ja. Holy shit, Mann. Richtig, richtig crazy, Mann. So sieht aus, als wäre es nur ein Block breit. Ah, okay, warte mal. Ja, okay, ja. Boah, Junge, mein Kopf, Alter. Wie krass. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bewegt sich das? Nein. Hey, sieht so aus, wenn du von außen nach innen guckst. Die ganze Zeit. Oh, lol, Alter. Guck mal, genau in die Mitte und dann außen rum. Auf einmal bewegt sich das in der Mitte. Das wackelt so ein bisschen, ne? Hä, wie krass, Junge. Krass, Alter. Das überfordert meine 2 Gehörnzeiten. Oh mein Gott, guck mal jetzt. Remix. Oh, Junge, guck mal. Hör mal auf, ich... What the fuck, Alter. Das... Hey, als ob die so alle verschieben. Es wird sich so alles komplett verschieben, Junge. Wie krass, Mann. Hey, wie crazy ist diese Map, bitte? Ich hab wohin. Ah, Digga, das ist heftig. Flieg hoch, du kannst auch fliegen. Das sieht aus, als wäre es komplett zusammenhängen. Guck mal. Das würde wirklich so aufeinander stehen. Und wenn man jetzt hochgeht... Alter. Lol. Guck mal, wenn man von vorne an mich guckt... Mit der Leiter, ja, Mann. Wenn man genau so steht, sieht es halt komplett normal aus. Aber wenn man dann rangeht... Oh mein Gott, Junge, wie trippy, Alter. Hä, wie krass, Mann. Wie crazy, dass Menschen sowas herausfinden. Beziehungsweise sowas halt nachbauen. 16 waren wir noch nicht, ja. Digga, ich krieg Augenschmerzen. Das ist so krass. Guck mal, ist doch ein Stern in der Mitte, oder siehst du das? Ja, wenn du drehst, ja. Das ist so einfach gemacht, ne? Und man guckt dann einfach nur von oben. Was ist das denn hier? Man guckt einfach nur von oben drauf. Mein Gehirn tut weh, ich mein's auch. Siehst du, das ist ein ganz normaler Tisch, ne? Ja. Ein normaler Tisch mit einem Villager halt, ne? Ja. Nichts besonderes. Ja. Pass auf. Oh mein Gott, Digga. Was, Junge? Wie kann man uns so hops nehmen? Digga, das ist richtig krass gemacht. Erst recht mit dem scheiß Tischbein vorne. Das ist zu heftig, Alter. Zu krank. Zu krank einfach, Junge. So. Ah, guck mal, das wirkt so. Als wäre er ganz ausgefüllt in dieser Halle. So riesengroß. Ist der auch, oder? Und der vorne ist klein. Ist der doch, oder? Geh mal näher ran. Äh. Die stehen einfach nebeneinander. Krass, Digga. Der steht ja nicht mehr hinter dem, ne? Ne. Selbe Ebene. Selbe Höhe. Wie crazy, Mann. Junge, Junge, Junge. Das ist echt krass gut gemacht. Okay, pass auf. Der wird auch wieder komplett so sein wie hinten. Die Sachen. Okay, geh näher hin. Lol. Hä? Das ist vorne? Was ist jetzt vorne? Was ist hinten? Das hier ist vorne. What the fuck? Digga, was? Der dreht sich halt. Alter, das ist heftig. Boah, Digga, das f*** mal komplett meinen Kopf. Okay. Guck, gönn dir mal, das sieht ganz normal aus. Das mach nochmal. Geh nochmal näher ran. Du siehst ja den Stuhl hier, ne? Ja. Ganz normal. Hä? Junge, wie krank, oder? Geil gemacht. Digga, zu viel, zu wild, zu krank. Crazy, Alter. Bubbles. Die haben hier Blasen. Ja, moin, Digga. Die bewegen sich. Wenn man genau in die Mitte guckt. Da muss mein Gehirn los. LOL, die bewegen sich alle? Alter. Das ist zu insane. Wie kann das denn? Wie kann das denn sein? Guck mal, die morphen so zusammen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich schwöre, das ist grad so der Heftigste. Das ist übel extrem bei mir. Alter, das ist so krank gut gemacht, Alter. Crazy, Alter. Boah, Junge, krass. Krass, Digga, ich krieg ja Kopfschmerzen, Mann. Hä? Nein. Das sieht aus, als wären die Kreuze nicht symmetrisch. Weißt du, was ich meine? Guck mal, wenn ich das jetzt drehe, dann rutscht der Querbalken. Der Querbalken. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, okay, okay. Boah, Junge. Mein Gehirn ist einfach matschlich, Alter. Digga, das ist zu crazy. Und da ist die Eins. Ach, LOL. Guck eins. Was? Zwei. Ja. Digga. Tschüss. Das ist so simpel eigentlich, ne? Ja. Das ist wahrscheinlich hier im Boden drin, ne? Das wirkt so ein bisschen dreidimensional. Ist es doch, oder? Ne. Ist es nicht. Liegt einfach nur in den Schatten. Sieht aus, als wäre es komplett Plastik. Weißt du, was ich meine? Ja. Sandwich-Ice-Cream. Oh mein Gott. Hat ich mit meinem Kopf so, Alter. Guck mal. Es sieht halt aus, wie diese Milchschnitte. Und es ist halt wieder genau wie eben, einfach komplett. So komplett normal, ne? Ja. Ja, moin. Alter. Ja, moin. Hybrid Vision. Einfach nur hingucken. Nur in die Mitte gucken. Die ganze Zeit, Leute. Full drauf gucken. Nur. Oh mein Gott. Was? Ich sehe immer noch alle Linien. Ich sehe alle Linien über Kreuz. Juck mal. Loil, Digga. Loil. Loil. Crazy. Wie kann denn sowas so krank sein, Alter? Alter schreibt aber in den Stand mit Farbenblend. Rip an der Stelle an der Stelle. Du kannst das Ganze ja nicht erleben. Okay. Mach weiter mit Rising Wall. Digga. Das ist einfach zu wild hier. Das ist einfach zu wild, finde ich. Oh mein Gott. Das wird zusammenfallen. Guck mal. Das ist das Ding. Boah, Junge. Krank. Siehst du, was ich meine? Ja. Ja, ist wieder komplett alles. Oh, das sind zwei Wörter. Warte mal. Drehen wir mal rum. Das ist krank. Gibt es da noch was? Ja. Think. Something. Von oben. Uuff, Junge. Das ist halt wirklich... Das Ding hat das wirklich insane gut gemacht. Crazy, 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 Alter. Wie viel Zeit da wohl drin stecken muss man. Also der originale Auto ist auf jeden Fall mit allem in der Liebeschrankung verlinkt. Changing Tint. The blue looks different, but in the same. Das blaues Beißen hat selber, aber das sieht grün aus hier. Oh mein Gott, das stimmt. Guck mal, das untere hat eine ganz andere Farbe. Lol. Ich hab eine Rot-Grün-Schwäche. Was? Unsere Augen sind zu dumm, um das zu verstehen. Ey, Junge, ich schwör mir. Krass. Digga, mir wird dir gleich übel, Alter. Ist ja dreidimensional. Ist ja dreidimensional. Entweder sieht das von... Ist ja dreidimensional. Ja. Steht halt aus, als wären in der Mitte diese vier großen Blöcke oben und ab dann pyramidenmäßig. Ist es aber nicht. Ist es selber meiner Ebene. Ja. Boah, Digga. Alter, drunter fällt der Effekt noch krasser. Merkst du das? Krass. Guck mal, wenn man jetzt hochgeht. Ist ja eine Pyramide. Ja. Ist es aber nicht, Alter. Inverted Square. Das war ein invertiertes Viereck. Digga, aber jetzt. Jürgen, der wird sich schlecht, Alter. Guck mal. Oh mein Gott, verstehst du's? Ja, es ist nach innen, aber nach außen gleichzeitig. Ja, ja, ja. Maße an. Oh, Digga. Jürgen, das ist so simpel und trotzdem... Ich hätte schwören können, hinten ging es noch einmal runter. Was ist das jetzt? Ach, in der Mitte ist halt ein Kreis. Wo? Ja, in der Mitte ist ein Kreis. Guck doch, achte mal drauf. Nee. Hä, natürlich. Geht nicht. Warte mal, du siehst in der Mitte keine Farben. Hä? Doch, ich seh da Farben, aber ich seh keinen Kreis. Ja. Du musst halt... Digga. Achte mal auf die Ränder, wo die Farben aufhören. Also ich seh da übel kranken Kreis. Ich nicht. Ich seh's nicht. Wenn ihr den Kreis seht, dann habt ihr eine Behinderung. Ja. Du hast wieder einen ziehen lassen, oder? Mhm. Ich werd einfach gehen. Lukas, guck mal bitte. Junge, es stinkt so ekel. Alter, was? Nimm mal, Digga. Holy Shit, warte. Das nimmt mir komplett das Leben. Das nimmt mir komplett das Leben. Sprüh's jetzt auf mir und schlag dir in dein Gesicht. Oh, Leute. Natürliche Abwehrstoffe gegen Wifi. Ich blick an der Stelle. Versteh's nicht. Gar nichts. Egal, komm. Nächstes. Scheiß drauf, Leute. Looooooon! Digga! Junge! Junge! Das kam so unerwartet, Alter. Das war richtig krass. Nee. Junge. Das war heftig. Junge, Junge, Junge. Wie krank, Alter. Digga, man denkt sich halt einfach nichts. Es ist alles eigene Ebene und dann geht man nach vorne und es ist einfach der Block, auf dem man steht, Junge. Wie krank. Dieses Game, Junge. Dieses Game. Ich sag's immer wieder. Halt's mal. Sind das zwei Gesichter, die sich küssen, oder ist es ein Cache? Ich seh gar nichts. Zwei Gesichter im Grauen, oder ist es ein Cache? Oh mein Gott, ihr seht die Gesichter? Ich mach mal ganz kurz, ich mach mal ganz kurz. Was? Ich schwöre, ich hab's nicht gesehen am Anfang, aber jetzt übertrieben. Das sind jetzt zwei Gesichter. Krank. Ich seh halt beides. Seht ihr beides, Chat? Seht ihr beides? Niko schreibt, seht ihr auch den Elefant? Niko, äh. Es sort of square, okay. Okay, let's go. Okay, let's go. Das rast sich komplett aus, aber das ist 3D. Safe call. Hä? Digga, wenn das nicht 3D ist, ich rast komplett aus. Tut es nicht. Das sind einfach nur Grauschales. Was? Junge. Aufgeregt. Das macht den Schatten, dieses Ding. Das macht mal oben drauf den Schatten. Diese, diese... Ach, Leute. Junge, Junge, Junge. Leute, diese Map ist auf jeden Fall zu krank, man. Leute, was soll ich sagen? Extrem schöne Map, extrem crazy. Checkt das gerne mal in der Videobeschreibung aus. Schaut doch auf jeden Fall an den Map-Ersteller. Extrem crazy cooler Typ. Heftig. Adam, Ex-EPs, Illusion Map. So viel dazu an der Stelle. Schaut auf jeden Fall gerne bei Y vorbei. Ist das cool? Das war's an der Stelle von uns beiden.